So, hallo Kinder, wir sind's wieder und wir wollen nochmal ein neues oder auch ein bekanntes Lied natürlich singen und zwar Ein Schneider fing ne Maus. Los geht's! Ein Schneider fing ne Maus, ein Schneider fing ne Maus, ein Schneider fing ne Mause Maus, Mima Mause Maus, ein Schneider fing ne Maus. Was macht er mit der Maus, was macht er mit der Mause Maus, Mima Mause Maus, was macht er mit der Maus? Er zieht ja ab das Fell, er zieht ja ab das Mausefell, Mima Mausefell, er zieht ja ab das Fell. Was macht er mit dem Fell? Was macht er mit dem Mausefell? Mima Mausefell, was macht er mit dem Fell? Er näht sich einen Sack, er näht sich einen Sack Er näht sich einen Mausesack, Mima Mausesack Er näht sich einen Sack Was macht er mit dem Sack, was macht er mit dem Sack? Was macht er mit dem Mausesack, Mima Mausesack Was macht er mit dem Sack? Er tut hinein sein Geld Er tut hinein sein Geld Florian, er tut hinein sein Mause Geld Mima Mause Geld, er tut hinein sein Geld Und was macht er? Was macht er mit dem Mausegeld? Er kauft sich einen Bock. Er kauft sich einen Mausebock. Und was macht er? Was macht er mit dem Bock? Was macht er mit dem Bock, was macht er mit dem Mausebock, Mima Mausebock, was macht er mit dem Bock? Er reitet, er reitet durch die Welt, er reitet durch die Welt, er reitet durch die Mausewelt, Mima Mausebock, er reitet durch die Welt. Was macht er in der Welt, was macht er in der Mausewelt, Mima Mausebock, was macht er in der Welt? Er wird ein großer Held, er wird ein großer Held, er wird ein großer Mauseheld, Mima Mausebock, was wird ein großer Held? So, das war ein Schneiderfing ne Maus. Das macht Spaß.